Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer zu unserem noch namenslosen Podcast und an dieser Stelle noch der Hinweis, die Abstimmung für den Namen, wie wir uns in Zukunft nennen, dieses Format, findet ihr noch auf dem YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige im Community-Tab, da könnt ihr jetzt noch genau 24 Stunden, also bis morgen 24 Uhr, abstimmen und dann ist der Name final und nächste Folge geht dann darum, wie nennen wir uns eigentlich. Das ist natürlich nicht Inhalt dieses Podcasts, wir haben das letzte Folge schon angekündigt, heute soll es so ein bisschen um die Anleitung gehen, how to crash your business, das heißt, wie kannst du richtig dich auf die Schnauze legen mit deinen steuerlichen Verpflichtungen und so weiter, da haben wir beide uns ein paar Dinge überlegt, was wir gesehen haben, was wir mitbekommen haben und ich möchte nicht ausschließen, auch schon selbst ausprobiert haben als Fehler, was man so machen kann, um so richtig sich in die Scheiße zu reiten, um es mal so zu sagen und Ken, schön, dass du da bist natürlich, aber vielleicht magst du einfach direkt auch starten mit dem, was du denkst, das tut so richtig weh und das sollte man vielleicht als Gründer vielleicht eher vermeiden. Ja, sehr gerne, Melchior. Den ersten Fehler, den ich mitgebracht habe, sind steuerliche Pflichten nicht im Blick haben und das ist natürlich ein recht großer Bullet-Point, da muss man erst mal sortieren, was sind überhaupt steuerliche Pflichten. So, aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Kategorien, das eine ist die Pflicht, bestimmte Erklärungen abzugeben, zum Beispiel die Umsatzsteuer vor Anmeldung fristgerecht abzugeben, das andere ist die Pflicht, die Steuer dann auch pünktlich zu bezahlen und das alles muss man natürlich im Blick halten, weil wenn man sich das mal überlegt als Selbstständiger, du bist vielleicht Einzelunternehmen, da hast du ja direkt mit drei verschiedenen Steuerarten zu tun, nämlich mit der Einkommenssteuer, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer, Gewerbesteuer haben nicht alle Selbstständigen, aber viele haben Gewerbesteuer, so und das Problem ist jetzt, für die Umsatzsteuer musst du in der Regel monatlich oder quartalsweise Voranmeldungen abgeben, wenn du das nicht machst, geht das Finanzamt irgendwann hin und fängt an, die Voranmeldungen zu schätzen, so und wenn geschätzt wird, wird tendenziell nicht zu niedrig, sondern eher ein bisschen zu hoch geschätzt und auf Basis dieser Schätzung wird dann die Steuer auch eingezogen, so das heißt, Voranmeldungen richtig abgeben, pünktlich abgeben, jeden Monat, jedes Quartal, damit du nicht geschätzt wirst, ist super wichtig, dafür brauchst du ja auch vor allem fristgerecht eine Buchhaltung, auf Basis derer dann diese Voranmeldung ermittelt wird, also das ist mal Punkt eins, jeden Monat Voranmeldungen abgeben, jeden Monat dran denken, diese Umsatzsteuerzahlungen zu leisten, Punkt zwei ist aber auch, was Einkommenssteuer und Gewerbesteuer betrifft, die werden zwar nur einmal im Jahr mit der Jahressteuererklärung festgesetzt, für das ganze Jahr, aber die werden natürlich unterjährig schon bezahlt, also du hast jedes Quartal Vorauszahlungen, auch die muss man auf den Blick haben, die muss man überweisen oder sich eben mit einem SEPA-Mandat einziehen lassen, SEPA-Mandat bedeutet aber natürlich auch, an dem Fälligkeitsdatum muss genug Geld auf dem Konto gedeckt sein und um das Ganze noch ein bisschen absurder zu gestalten, sind halt auch die Fristen und die Zahlungstermine völlig unterschiedlich, also die Voranmeldung immer der zehnte des Folgemonats in der Regel, gibt eine Ausnahme mit einer Dauerfristverlängerung, aber in der Regel ist es der zehnte des Folgemonats, die Einkommenssteuervorauszahlungen sind am 10. März, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember fällig und die Gewerbesteuervorauszahlungen, die sind am 15. Februar, 15. Mai und so weiter, also du hast irgendwie jeden Monat ganz andere Fristen, die auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben und das musst du im Blick haben und das kannst du aus meiner Sicht als normaler Selbstständiger eigentlich nur im Blick haben, wenn du dir so eine Art Steuerkalender anlegst, dass du irgendwie die wichtigen Steuertermine dir irgendwo vermerkst und dann dran denkst, zu dem Datum entweder aktiv dieses Geld anzuweisen, weil ansonsten entstehen auch wieder Versäumnisszuschläge, ansonsten fändet irgendwann das Finanzamt das Bankkonto, wenn es nicht an das Geld kommt, also entweder hinzugehen und einen Steuerkalender anzulegen und es dann aktiv anzuweisen oder dann zumindest dafür zu sorgen, wenn du ein SEPA-Lastschriftmandat im Finanzamt gegeben hast, dass das Konto dann gedeckt ist und wenn du das nicht machst, wie gesagt, dann wird geschätzt, dann wird vollstreckt und dann fängt irgendwann an der Stress so richtig nach oben zu gehen, wenn du Freitagnachmittags an der Supermarktkasse stehst und deine Bankkarte klappt nicht, weil anscheinend irgendwie das Finanzamt das Konto gefändet hat, weil eine geschätzte Umsatzsteuervoranmeldung nicht eingezogen werden konnte und du reichst dann Freitag. Das Unangenehmste ist meiner Erfahrung nach, ich hatte Mandantenanrufe, du stehst an der Tankstelle und hast getankt und musst bezahlen und dann funktioniert die Karte nicht mehr. Das ist auch richtig angenehm. Ja, und dann hast du, du erreichst ja dann auch Freitagnachmittags keinen beim Finanzamt, das heißt, dieser Zustand hält dann auch bis montags an und du weißt auch nicht mal, wo das jetzt herkommt. Also es ist eine absolute Vollkatastrophe, wenn du solche Pflichten nicht im Blick hast. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wurdest du irgendwann schon mal geschätzt und dein Konto gefindet vom Finanzamt? Nein, nicht in eigener Sache. Okay, dann steht es 2 zu 0 für mich. Aber ich habe es auch in anderen Videos schon erzählt, ich habe mich ja erst selbstständig gemacht und später den ganzen Steuerquatsch irgendwann auch mal gelernt und das erste Mal war tatsächlich davor, Kontoferendung, Konto zu, aber ich habe es tatsächlich später auch nochmal hinbekommen. Ich bin, also das ist ja echt ein Problem, weil ich auch viel in der Welt rumgereist bin, so digitales Nomadentum und teilweise Monate, Wochen auch nicht zu Hause war und solche Sachen. Dann hat die Postweiterleitung irgendwie nicht funktioniert und dann war halt zu. Und das ist auch sehr ungünstig, in den Philippinen zu stehen, wo sowieso nur jeder zweite Geldautomat funktioniert und dann stellst du aber nach dem zehnten Mal fest, ich glaube, es liegt nicht an den Geldautomaten, dass hier kein Geld rauskommt. Aber du hast auch keine Möglichkeit, dann tatsächlich da drauf zu reagieren. Deswegen, ja, ich habe es schon zweimal hinbekommen. Ja, also ich habe es in vielen, oder nicht in vielen, aber in einigen Mandantenfällen erlebt. Du hast halt immer auch mal den ein oder anderen Mandanten, der das nicht ganz so ernst nimmt. Also man versucht immer als Steuerberater, sich die Mandanten so ein bisschen zu erziehen und die auch irgendwie aktiv darauf hinzuweisen und auch zu unterstützen, damit eben das nicht passiert. Weil das ist ja auch teilweise der Anspruch auch der Mandantschaft, dass du auf so Sachen auch proaktiv hinweist. Aber es passiert trotzdem, dass du ab und zu mal Leute hast, die das alle gar nicht interessieren, die auch gar nicht irgendwie erreichbar sind. Ich denke da gerade an einen Ex-Mandanten, muss man dazu sagen, der ist immer abgetaucht. Der ist ab und zu mal aufgetaucht, hat dir mal ein paar Belege geschickt, dann ist er wieder abgetaucht. Da konntest du den 17 Mal anrufen. Da ist er nicht ans Telefon gegangen, da hat er auch nicht zurückgerufen. Und ich denke dann immer so, was sind das für Leute, wenn der Steuerberater 17 Mal versucht anzurufen und du hast 17 verpasste Anrufe in deiner Telefonliste, dann könnte man ja vielleicht mal denken, dass es wichtig sein könnte. Genau, ich wollte gerade sagen, warum lache ich? Nicht, weil ich irgendwelche Mandanten auslache, speziell, sondern bis zu einem gewissen Level bin ich als Mandant genauso. Aber ich glaube, wenn mich mein Steuerberater zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen anruft, dann sage ich auch so, es könnte vielleicht wichtig sein. Und dann schreibe ich ihm kurz zumindest, gibt es was, wenn ich nicht rangehen kann. Aber bis dahin so dieses Abtauchen bei steuerlichen Sachen und so, das kenne ich auch. Von daher fühle ich da eher mit tatsächlich, als mich über andere lustig zu machen. Ich mache das ja in eigener Sache ähnlich. Also ich mache meine private Steuererklärung und auch meine Jahresabschlüsse und sowas immer auf den letzten Drücker. Immer. Ich ziehe die Mandantensachen. Ich mache ja nicht viel Mandanten, aber so ein paar Mandanten aus dem Umfeld mache ich so. Und die mache ich immer fristgerecht und immer pünktlich, aber meine eigenen Sachen schiebe ich immer bis nach hinten an. Ich glaube, das kennt auch jeder. Die eigenen Sachen sind am schlimmsten. So der Logodesigner, der gut ausgelastet ist, macht sich als selbst das Logo. Das gefühlt immer so. Ja, und das ist ja aber auch, also das kann man ja auch machen, wie man will. Also es ist tatsächlich witzigerweise was ganz anderes, ob du das für Mandanten machst oder selber machst. Weil für dich selber macht das nie Bock. Wenn du das für Mandanten machst, macht das teilweise sogar Spaß, obwohl es eigentlich die gleiche Tätigkeit ist. Das ist bizarr. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, und das finde ich so ein bisschen scheinheilig von der gesamten Steuerberaterzunft. Du bist jetzt der Einzige, der hier in meiner Nähe sitzt. Das geht mir genauso. Also mir macht das unfassbar viel Spaß, das für Mandanten aufzubereiten. Erstens auch so ein kleines bisschen, weil, ja, ich bin in der Branche auch, weil ich einfach neugierig bin. Ich liebe Geschäftsmodelle und je abgefahrener Geschäftsmodelle von Mandanten sind, desto neugieriger war ich auch, wie das funktioniert, was es läuft, was die machen. Das ist wirklich in der Tiefe auch zu verstehen. Aber scheinheilig deswegen, weil die nervigste Scheißarbeit ist ja, alle Unterlagen zusammen strukturiert an einen Ort zu bekommen. Und als Steuerberater setze ich mich ja hin und sage, ich kann meine Arbeit erst machen. Wenn du deine Unterlagen schon in Ordnung gebracht hast und mich strukturiert vernünftig in einem Ablagesystem mir zur Verfügung stellst und dann kann ich erst die Arbeit machen. Ja, für mich persönlich ist der Part, den der Mandant übernimmt, diese Ordnung zu schaffen, alles zusammenzusuchen, im Handschuhfach zu suchen, in irgendwelchen E-Mail-Inboxen und, keine Ahnung, Online-Portalen sich die Rechnung runterzuladen und die alle zu ordnen. Das ist ja die Scheißarbeit. Der Spaß ist danach, daraus, keine Ahnung, eine BWA oder eine Steuererklärung und einen Jahresabschluss zu bauen. Deswegen ist das so ein bisschen scheinheilig, weil natürlich ist es für Mandanten einfacher. Für Mandanten muss man den nervigen Teil der Arbeit ja auch nicht erledigen. Ja, das ist durchaus ein legitimer Punkt. Also würde ich auch so sehen. Ich meine, es gibt ja auch Tools, mit denen man das doch auch sehr stark vereinfachen kann und sowas. Und ich persönlich habe dann immer den Anspruch gehabt, den Mandanten sowas dann auch zu raten, wenn die dann, also manche haben ja wirklich nur zehn Belege jeden Monat. Zehn Eingangsbelege, das sind ein paar Software-Abos. So, das kann man im Zweifel auch schnell selber zusammensuchen. Aber manche haben ja auch super viele Online-Portale und ganz viele verschiedene Quellen. Und da war ich dann schon immer auch geneigt, den Leuten zu empfehlen, wie man das vielleicht ein bisschen automatisierter hinbekommt, dass man diese Belege irgendwie direkt in einem passenden Buchhaltungstool sammelt. Können wir ja in einer anderen Folge nochmal machen, aber ich kann den Punkt auf jeden Fall total nachvollziehen. Deswegen vielleicht an der Stelle, aber zwei, wir können in der Tiefe irgendwann nochmal drüber sprechen, aber die Leute sollen ja mit Mehrwert rausgehen. Schaut euch mal Invoice-Fetcher oder GetMyInvoices an. Das sind Tools, die einem dabei helfen, tatsächlich aus diversen Online-Portalen, E-Mail-Programmen und so weiter, die Rechnungen automatisiert an einen bestimmten Ort zu bringen. Können wir sehr, sehr gerne später irgendwo nochmal schauen. Deshalb noch mal tiefer, genauer anschauen. Was mir ganz spontan gekommen ist, während du es gesagt hast, weil ich weiß, ich habe es mal selber gebaut. Ihr findet, da müsst ihr das YouTube-Video zu dieser Podcast-Folge aufrufen. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung einmal. Ich habe tatsächlich mal eine Kalenderdatei gebaut, wo all die Vorauszahlungen sind für Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und so weiter. Einfach nur als Termineintrag im Kalender. Das ist eine Kalenderdatei, die könnt ihr da einfach runterladen, bei euch importieren. Das heißt, die Arbeit habe ich eigentlich schon gemacht. Da könnt ihr einfach nur den Steuerkalender für euch importieren, wenn ihr selbstständig seid. Ihr könnt euch das natürlich selber anlegen, aber die ganzen Termine, die Ken vorgestellt hat, die habe ich tatsächlich schon mal in so eine Datei gepackt. Und die gibt es ja. Die kann ich jetzt gerne einfach mit euch teilen. Dann habt ihr das zumindest schon mal im Kalender, um da einen Haken dran zu setzen. Könnt ihr gerne machen. Die Arbeit ist ja eh erledigt. Ich möchte aber aufbauen auf das, was du sagst. Und zwar, wenn man das nicht hat. Für mich ist der schlimmste Steuerfehler oder auch tatsächlich die Situationen, in denen ich selber in der schwierigsten Situation war meines Lebens finanziell für meine Selbstständigkeit, als auch bei Mandanten. Das waren die unangenehmsten Mandantengespräche, wenn ein bestimmter Effekt zugeschlagen hat. Und zwar nachträgliche Vorauszahlungen. Jeder, der das hatte und kennt und weiß, was da passiert, dem läuft es wahrscheinlich auch jetzt kalt über den Rücken runter. Falls jemand das in, ich würde mal sagen, im echten Leben beobachten möchte, einfach auf YouTube mal eingeben. Tanzverbot, ich bin pleite. Das ist ein Influencer relativ groß, der hat genau diesen Effekt gerade. Der erklärt, was da passiert in verschiedenen Videos. Er erklärt das natürlich in seiner Sprache, aber was dazu geschlagen hat, sind nachträgliche Vorauszahlungen. Und das passiert genau das, nämlich dann, wenn man die steuerlichen Pflichten, die Termine und so weiter nicht im Blick hat. Weil es ist jetzt so, wir sind ja Mitte 2024. Wenn ich jetzt meine Steuererklärung als Selbstständiger mache für nicht das letzte Jahr, also 2023, sondern 2022 oder unter Umständen sogar 2021, und ich habe dann eine große Nachzahlung, beispielsweise 10.000 Euro, dann heißt das ja, ich habe in meinen Quartalsweisen Vorauszahlungen für Einkommensteuer und Gewerbesteuer 10.000 Euro zu wenig gezahlt. Weil ich habe halt eine Nachzahlung von 10.000 Euro. Und dann setzt mit dem nächsten Steuerbescheid, also mit dem Steuerbescheid 2022, den ich jetzt bekomme, aufgrund meiner Steuererklärung, setzt das Finanzamt neue Vorauszahlungen fest. Weil das Finanzamt letztes Jahr gesehen hat, du hast 10.000 Euro quartalsweise zu wenig gezahlt und das Finanzamt geht dann hin und sagt, na gut, dann musst du halt viermal im Jahr zahlst du ja voraus, 10.000 durch vier, also 2.500 pro Quartal einfach mehr bezahlen und dann passt es ja wieder. Das heißt, die Grundlage für die Steuerberechnung ist der letzte Steuerbescheid. Und das eigentlich echt gefährliche ist, die werden nicht ab Zeitpunkt, ab Datum Steuerbescheid festgelegt. Das wäre ja noch nachvollziehbar zu sagen, du bekommst jetzt im Juni 2024 einen Steuerbescheid und wir haben festgestellt, du hast zu wenig gezahlt und deswegen zahlst du bitte ab jetzt mehr. So ist es nicht. Die setzen nämlich diese Vorauszahlung rückwirkend fest, ab dem Zeitpunkt, an dem das Jahr vorbei war. Also jetzt in meinem Beispiel ab 1. Januar 2023. Und dann muss man halt, und seitdem sind dann halt schon fünf, sechs Quartale vergangen, muss ich diese 2.500 Euro nochmal nachträglich vorausbezahlen für die sechs Quartale, die seit dem Jahr 2022 vergangen sind. Und so wird ganz schnell mal aus so einer eigentlich 10.000 Euro Steuernachzahlung, die man vielleicht noch auf dem Schirm hatte, ganz schnell so eine 20.000 bis 25.000 Euro Steuernachzahlung. Und das treibt einen extrem schnell ans Existenzlimit, weil man das in der Regel nicht vorhat. Das ist jetzt so die rationale Erklärung gewesen. Wer die emotionale Erklärung haben möchte, kann gerne mal Tanzverbot auf YouTube suchen. Liebe Grüße, ich habe das Gefühl, dass Tanzverbot, also ich kenne ihn nicht persönlich, in guten störlichen Händen ist. Auch weder in deinem noch in meinen, beziehungsweise bei deinem weiß ich es nicht, aber in meinen zumindest nicht. Und von daher, aber es wirkt so, als wenn er da gerade das gut handeln kann, aber das ist wirklich existenziell gefährlich. Und was muss man da machen? Ja, idealerweise hat man seine Steuerschuld vorher irgendwie im Blick, ne? Also ich finde den, also ich finde den Hinweis unfassbar gut, weil das, das bringt mich tatsächlich auch wieder im Geiste zu einem, zu einem Ex-Mandanten, ein Einzelunternehmer. Das ist witzigerweise der gleiche Mandant von eben, von dem ich erzählt habe, den du 17 Mal anrufst, der nicht rangeht. Genau das Problem, genau das Problem. Also seit Jahren, seit Jahren keine Einkommensteuererklärung abgegeben, weil um eine Einkommensteuererklärung abzugeben, musst du dich halt drum kümmern. So und wenn du dem Steuerberater keine Belege zukommen lässt oder generell nicht in die Lage versetzt, seinen Auftrag zu erfüllen, kann er natürlich seinen Auftrag nicht erfüllen. Also sind da teilweise noch Steuererklärungen von 2021, 2022 offen gewesen, nie Geld vorausgezahlt. Also generell das Thema Vorauszahlungen ist ja auch ein Thema, was man im Blick haben sollte. Komme ich gleich noch zu, wie man das eigentlich ausrechnen kann, also wie man das so ein bisschen ermitteln kann, wie hoch müssten denn meine Vorauszahlungen sein. Weil je besser du die Vorauszahlungen managst, desto weniger zahlst du am Jahresende sowieso nach. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Du sagst managen, das wissen viele Leute nicht. Man kann das anpassen lassen nach oben und unten, diese Vorauszahlung. Wichtig nur, wenn man nach unten anpasst, dann muss man Argumente haben, also man muss die Finanzamt schon nachweisen. Deswegen, man könnte in meinem Beispiel sagen, die nachträglichen Vorauszahlungen kann man einfach null setzen. Geht halt nicht, wenn man tatsächlich auch gut verdient hat. Ja, genau. Aber das muss man auf jeden Fall im Blick haben. So, und der Kollege, den ich angesprochen habe, der hat das halt nicht im Blick. Das heißt, der hat, ja, also keine Ahnung, der hat ganz wenig vorausgezahlt. Ein vierstelliger Vorauszahlungsbetrag mit einem fast sechsstelligen oder hohen fünfstelligen Gewinn. Das passt halt überhaupt nicht. So, das heißt, da kommt per se pro Jahr schon mal eine Nachzahlung von 10.000 Euro raus, wenn nicht sogar noch mehr. So, und da das seit 2021 im Prinzip verschleppt wurde, heißt das, wenn das Finanzamt jetzt die Erklärungen festsetzt, dann kommt 21 und 22 direkt, plus dann nochmal die Vorauszahlung 23. Und im Prinzip bist du dann halt auch tatsächlich aus meiner Sicht am Ende. Und das hätte man vermeiden können, indem man es von Anfang an gemacht hätte. Es ist häufig so. Und ich glaube, also, man sagt ja auch so, nach drei Jahren, vier Jahren und so scheitern ganz viele Selbstständigkeiten. Und natürlich gibt es keine offiziellen Erhebungen bei Einzelunternehmen, was jetzt der Grund ist, warum Leute nach drei Jahren mit Selbstständigkeit aufhören. Und ich kann mir vorstellen, dass das Geschäftsmodell nicht läuft und so weiter, dass das ein Grund ist. Aber hier reden wir ja eher über Leute, die ja gut verdienen. Das heißt, eigentlich finanziell, betriebswirtschaftlich sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle. Und da knallt es das erste Mal nach ungefähr drei bis vier Jahren. Je nachdem, wie lange man die Steuererklärung verschleppt, wenn man als einfach konsequent aussitzt. Und ich habe es schon erwähnt, ich bin darin auch gut, sowas auszusitzen. Und man kann sich so in einer Steuererklärung schon so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre entziehen, bevor das Finanzamt dann böse wird und hoch eskaliert irgendwann. Aber irgendwann muss man es halt machen. Und wenn man so nach drei, vier Jahren knallt es bei echt vielen, vor allem dann, wenn es betriebswirtschaftlich gut läuft. Weil wenn man nichts verdient und quasi erfolglose, ich möchte jetzt nicht auf Künstler rumhauen, aber viele Künstler leben am Existenzminimum. Und wenn ich einfach so, ja, so klischee-mäßig erfolgloser Künstler bin, dann kriege ich auch kein Problem mit der Steuer, weil dann zahle ich halt auch keine Steuern. Sondern es ist vor allen Dingen dann gefährlich, wenn es halt eigentlich läuft. Und das ist, niemand von uns kann plötzlich drei Jahressteuernachzahlungen auf einmal stemmen, wenn man das nicht im Blick vorhat. Ja, wobei ich sage, das Kernproblem an diesen Vorauszahlungen, also du kannst das alles vermeiden, indem du es im Blick hast, indem du pünktlich die Sachen abgibst. Und dann kommst du niemals in diese Situation. Selbst wenn du das nicht tun würdest, also du würdest die Voranmeldungen immer zu spät abgeben oder die Steuererklärungen zwei, drei Jahre in die Zukunft schleppen. Selbst dann bedeutet das ja noch nicht automatisch, dass du nicht imstande bist, die Steuerzahlung zu leisten, sondern dass du nicht imstande bist, die Steuerzahlung zu leisten, liegt eigentlich daran, dass du über deinen Verhältnissen lebst. Und das bringt mich zu Punkt zwei, nämlich dem Thema Überblick über die eigenen Finanzen. Aus meiner Sicht machen viele den Fehler, dass sie denken, das, was auf dem Konto eingeht, ist quasi mein Geld. So, aber das ist natürlich ein ganz großer Fehler, weil mit dem Umsatz, der auf deinem Konto eingeht, hast du ja erstmal eine Umsatzsteuer, die du abführen musst. Die hast du ja in der Regel in Rechnung gestellt, draufgeschlagen. Das heißt, von dem, was da an Bruttoumsatz auf dem Konto eingeht, würde ich schon mal 19 Prozent auf ein separates Konto ziehen. Ich nenne das immer das Steuerrücklagekonto. Also ich würde mir quasi neben meinem laufenden Geschäftskonto noch irgendwie eine Steuerrücklage anlegen, würde diese 19 Prozent da schon mal reinziehen. Und der entscheidende Punkt ist, dass von dem, was dann noch übrig bleibt, trotzdem nicht alles dir gehört, sondern dass du ja auf deinen Gewinn auch noch die Einkommensteuer abführen musst. Das heißt, wenn du dann nochmal von dem Betrag, der dann übrig bleibt, nochmal 30 Prozent in die Steuerrücklage stellst, dann bist du meines Erachtens ganz gut unterwegs. Das können auch ein bisschen weniger sein, das kann auch ein bisschen mehr sein, muss man schauen, wie seine eigene Durchschnittssteuerbelastung auch ist, wie hoch seine Betriebsausgaben sind und so weiter. Das ist ein bisschen eine Schätzungsfrage, hängt auch vom Geschäftsmodell ab. Aber die wenigsten vergessen, denken an diesen zweiten Schritt. Die meisten denken wirklich, ich habe die Umsatzsteuer abgeführt, damit ist das ja erledigt und legen da nichts zur Seite. Weil, wenn ich das konsequent mit jedem Umsatz mache und ich mache das bei mir zum Beispiel, jedes Geld, was auf meinem Geschäftskonto eingeht, 30 Prozent gehen auf das Steuerrücklagekonto. So, dann merke ich jetzt schon, ich habe jetzt schon das Geld für die nächste Vorauszahlung zusammen. Ich habe im Mai schon das Geld für die Vorauszahlung im Juli zusammen. Und was heißt das? Das heißt, dass meine Vorauszahlung zu niedrig ist. Das ist ja die Konsequenz. Weil ich habe von jedem Umsatz 30 Prozent zur Seite gelegt. Sagen wir mal, mein Durchschnittssteuersatz ist 35 Prozent, vielleicht auch 40 Prozent. Meine Betriebsausgaben sind nicht so hoch. Deswegen kommt das mit den 30 Prozent von den Einnahmen schon ganz gut hin. Weil abzüglich der Betriebsausgaben passt das dann schon ganz gut. 30 Prozent vom Umsatz ist bei mir ungefähr 35, 40 Prozent vom Gewinn. So, das heißt, wenn ich da jetzt mehr Geld liegen habe, als ich für die nächste Vorauszahlung brauche, ist die Vorauszahlung zu niedrig. All sowas macht Sinn. Ich gehe auf Elster und stelle einen Antrag auf Anpassung der Vorauszahlung und sage dem Finanzamt, liebes Finanzamt, bitte passt nochmal die Vorauszahlung nach oben an. Das heißt, ich zahle freiwillig mehr Geld an das Finanzamt und dadurch habe ich nie in meiner Steuererklärung eine signifikante Nachzahlung. So, und das ist im Prinzip das Management, was man betreiben muss. Weil selbst wenn du die ganzen Vorauszahlungen verschleppst, wenn du von Anfang an das so gemacht hättest, dann könntest du jetzt auch sechs Vorauszahlungen auf einmal zahlen. Das Geld würde ja auf dem Steuerrücklagekonto liegen, wenn du das von Anfang an getan hast. Und da es aber nicht auf dem Konto liegt. Da kann ich mich tatsächlich auch an einen Mandanten, kann ich mich tatsächlich auch erinnern, da hatte ich das ähnliche Gefühl. Weil was passiert, wenn man das so als Sachbearbeiter, als wenn man die steuerliche Betreuung für jemanden übernimmt, kann ich mich noch daran erinnern, auch Einzelunternehmen. Und da kam dann auch irgendwie insgesamt eine Nachzahlung von 60.000 Euro. Und ehrlicherweise habe ich ja dann auch Schiss vor dem Termin. Weil ich möchte ja keine Selbstständigkeit, keine Existenzen zerstören mit meiner Arbeit. Aber ja, wenn es halt lange gedauert hat, verschleppt hat, das liegt ja meistens an Unterlagen und so weiter, was ich gezogen habe. Und dann habe ich ihm das gesagt und hatte schon Angst davon, dass er vor mir irgendwie so zusammenbricht. Und er so, okay, kein Problem. Ich dachte, das wären 80. Und ich dachte so, okay. Aber der hat genau das gemacht. Der hat den Schritt nicht gemacht, dass er die Vorauszahlung angepasst hat, aber hat halt sein Konto gehabt und hat sich jetzt gefreut, weil durch die Nachricht, dass ich ihm gesagt habe, man muss 60.000 nachzahlen, hat er für sich, für seinen Kopf eigentlich 20.000 Gewinn gemacht, weil er auf seinem Rücklagenkonto schon 80 liegen hatte. Und deswegen das extrem wichtig, diese Rücklagen zu bilden. Dass man die Vorauszahlung anpassen kann, natürlich auch. Aber man kann das Geld auch bei sich auf ein Tagesgeldkonto packen und sich über die paar Prozente Zinsen freuen. Die sind jetzt auch gerade attraktiver als noch vor zwei, drei Jahren. Das geht. Wichtig ist nur, dass es diese Klarheit und diese Rücklagen tatsächlich geben muss, weil sonst wird es gefährlich. Ja, aber deswegen bin ich halt der Meinung, wenn du eine hohe Nachzahlung hast und du hast die Kohle nicht auf einem Steuerrücklagekonto liegen, dann heißt das, du hast über deine Verhältnisse gelebt. Das heißt, du hast zu viel Geld ausgegeben, was dir gar nicht mehr gehört hat. Du bist davon ausgegangen, dass das, was auf deinem laufenden Konto liegt, dass das dein Geld ist, obwohl davon noch ein Teil ans Finanzamt gemusst hätte. Und dadurch entsteht dieses Problem. Also deswegen die Vorauszahlungen im Blick zu haben, ist super wichtig. Und ich persönlich, ich muss sagen, mir gibt das eine unglaubliche Befreiung, jedes Quartal, wenn ich meine Buchhaltung gemacht habe, zu gucken, wie ist denn jetzt das echte Jahresergebnis bis hierhin. Dann gucke ich in meinen Kalender, was kommt dieses Jahr noch an Umsatz rein, was geht dieses Jahr noch an Kosten ab. Und dann sehe ich, okay, der Gewinn wird voraussichtlich so und so betragen. Passt das noch mit den Vorauszahlungen? Und in der Regel passt es entweder, oder ich muss dich nochmal leicht nach oben anpassen, weil du ja, wenn du deinen Job richtig machst, immer ein bisschen mehr Gewinn machst als im letzten Jahr. Das heißt, du musst immer... Außer es kommt so ein Corona, dann fliegt dir das voll um die Ohren und es fällt alles auf null. Aber auch da, da habe ich echt von vielen Leuten gehört, wo ich denke, scheiße, ich den nächsten Monat buche das Finanzamt wieder 15.000 Euro ab und ich verdiene ja nicht mal halb so viel. Deswegen haben wir schon gesagt, aber man kann das Ganze auch nach unten anpassen, wenn man nachweisen kann, zum Beispiel mit einem Quartalsabschluss und einer Buchhaltung im Finanzamt nachweisen kann, dass es tatsächlich auch weniger ist, was man da verdient, dann kann man es auch nach unten anpassen. Aber während Corona hatte ich die Gespräche tatsächlich echt häufig, wo sie sagen, ich verdiene nicht mal genug, um die Vorauszahlung zu leisten. Das sind ja Vorauszahlungen für das laufende Steuerjahr und es ergibt ja keinen Sinn, 60.000 Steuern vorauszahlen, wenn man weiß, man macht nur 20.000 Gewinn. Was ja immer mal sein kann. In so einer Corona-Situation, die haben wir hoffentlich so bald nicht wieder, aber es gibt ja auch, ich will mal sagen, Branchen- und Geschäftsmodell-spezifische Krisen, die mal ausbrechen. Selbstverständlich. Aber ich merke halt immer, mir gibt das eine gute Befreiung, wenn ich sehe, okay, auf dem Bankkonto müssten nach den tatsächlichen Zahlen oder an Vorauszahlungen müssten nach den tatsächlichen Zahlen bis heute das und das gelaufen sein. Jetzt habe ich aber noch, jetzt habe ich aber schon das Ganze vorausgezahlt. Ich habe vielleicht auf dem Bankkonto noch ein bisschen zu viel. Dann kann ich auch mal was aus der Steuerrücklage entnehmen und kann mir davon irgendwas kaufen. Das ist auch gut. Aber ich finde das immer sehr befreiend, jedes Quartal zu validieren. Passt das noch? Muss ich die Vorauszahlung anpassen? Weil ich weiß dadurch einfach, es kommt keine höhere Nachzahlung. Ich habe auch alles bezahlt, was ich bezahlen muss. Das heißt, das, was jetzt auf dem Konto übrig bleibt, ist tatsächlich auch noch mein Geld. Das ist also super entspannt. Oder man hat sogar wirklich diesen Effekt, dass man Geld zurückbekommt, weil man halt tatsächlich vielleicht, keine Ahnung, 5.000, 10.000, was auch immer, zu viel zurückgelegt hat. Und dann hat man unter Umständen seinen Urlaub da angespart, weil die tatsächliche Steuerzahlung niedriger war. Genau, also da würde ich tatsächlich wirklich plädieren, wer sich da jetzt wiedererkennt und große Angst vor Kontofendungen oder hohen Schätzungen oder was auch immer hat. Es lässt sich relativ einfach vermeiden. Die Lösung lautet einfach Steuerrücklagekonto anlegen und idealerweise dann auch noch die Vorauszahlung ein bisschen im Blick haben. Aber das Steuerrücklagekonto ist fast noch wichtiger, weil dann kannst du dir auch noch höhere Nachzahlungen leisten, weil das Geld liegt eben auf dem Bankkonto sowieso. Also das wäre an der Stelle ganz klar die Empfehlung und sicherlich wahrscheinlich der größte Fehlerblock oder der gravierendste Fehlerblock, den man als Selbstständiger überhaupt machen kann. Dass du das einfach nicht im Blick hast, dass du im Prinzip zu viel Geld ausgibst, über deinen Verhältnissen lebst und dann kommt auf einmal die Finanzverwaltung und sagt, du musst jetzt hier x Euro nachbezahlen, du hast die Kohle nicht und eigentlich stellst du fest, du hast in dem Moment oder du hast bisher die ganze Zeit dadurch, dass du keine Steuererklärung abgegeben hast, einfach irgendwie fast eine Insolvenz verschleppt, weil du irgendwie nicht wahrhaben wolltest, dass da eine große Nachzahlung rauskommt. Weil das habe ich bei dem Kollegen festgestellt, das Problem war gar nicht unbedingt, dass er keinen Bock auf die Bürokratie hatte, sondern er wusste eigentlich schon, dass da eine riesige Nachzahlung kommen würde, die er überhaupt nicht irgendwie an Liquidität hat. Und deswegen hat er sich nicht darum gekümmert, weil er dachte, vielleicht löst sich das Problem ja. Er wollte einfach die Realität nicht wahrhaben, dass wenn er eine Steuererklärung abgibt und das Finanzamt die Steuererklärung bearbeitet, dass er im Prinzip pleite ist. Das wollte er nicht wahrhaben. Und deswegen dachte er, wenn er die Steuererklärung nicht abgibt, dann passiert auch so schnell nichts. Aber das Problem ist, diese Finanzamtsthemen, die lösen sich nicht von allein, die kommen immer wie ein Boomerang zurück und meist in der Schwung. Ich lache so ein bisschen, weil ich habe in meinem Privatleben relativ häufig den Satz von, es gibt zwei Arten von Problemen. Die einen werden, wenn man sie ignoriert, lösen sie sich auf und die anderen werden halt immer größer. Es gibt halt Probleme, die sind jetzt heute ärgerlich und so und wenn ich sie einfach aussitze, dann ist danach auch vorbei und dann sind sie irgendwann einfach wieder weg. Das sind ganz häufig Dinge, wenn jemand irgendwie irgendwas möchte, was aber mit Deadline oder am Ende kann die Person eigentlich das auch selber lösen und keine Ahnung, dann ist das Problem danach halt einfach vorbei. Aber es gibt Probleme, die werden, wenn man sie wegdrückt und ignoriert, halt immer größer. Und das Finanzamt kommt leider nie auf die Idee, wo man sagt, ach, der hat seit drei Jahren nicht geantwortet, und keinen Steuerklang abgegeben, ach, naja, dann will der das vielleicht nicht, dann lasse ich es mal bleiben. Das wird halt nicht möglich. Das heißt, Probleme mit dem Finanzamt werden immer größer und gefährlicher, je länger man sie wegdrückt. Das ist leider anders als ein paar andere Probleme, die man hat. Aber das ist tatsächlich eine sehr gute Überleitung zum dritten Punkt, nämlich so ein bisschen auch das Thema Verantwortung. Ich bin der Meinung, du musst als Selbstständiger, als Unternehmer eigentlich immer Eigenverantwortung für alles übernehmen, weil du bist halt dein eigener Chef. Wenn du kein Geld hast, dann ist das halt auch deine Verantwortung, sage ich mal, neue Kunden zu finden, neue Aufträge abzuarbeiten, wie auch immer. Da könnte ich mich auch ein bisschen, also bei dem Thema kann ich mich wirklich in Rage reden. Du darfst gleich weitermachen. Aber ich verstehe es nicht, es gibt so viele Selbstständige, die auch sagen, hier Klima und nicht Klima, aber das Geschäftsklima meine ich eigentlich nicht, das Wetter, das ist einfach gar nicht das Thema, sondern der Branche geht so schlecht, Selbstständigen geht so schlecht und so. Und dann reden die sich in Rage, finden tausend Gründe, warum es bei ihnen nicht läuft. Ich so, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du einen Schuldigen gefunden. Und? Geht es dir jetzt besser? Das ist ja das Problem. Du kannst dieses Mindset, kann man gerne als Angestellter haben, dass man immer Schuldige hat. Aber was verändert das denn in deinem Leben? Nichts. Und als Selbstständige haben wir ja die Chance und die Möglichkeit, unsere Rahmenbedingungen auch in gewisser Weise einfach positiv zu beeinflussen. Und dieses sich zu beschweren oder jemand anderem die Verantwortung zu geben für das, was bei mir scheiße läuft, auch bei Buchhaltung und Steuerthemen, dann hast du einen Schuldigen gefunden, aber du hast die Situation ja noch nicht verbessert. Und das ist so, Gott sei Dank habe ich viel mit Selbstständigen zu tun und gerade Selbstständige sind ja eher, haben die Charakterzüge, dass sie Anpacker sind, weil wenn sie einfach nur unzufrieden wären und meckern würden, dann hätten sie sich halt nie selbstständig gemacht, weil sich selbstständig machen, Unternehmerisch tätig werden, ist ja schon ein ganz wesentlicher Teil der Problemlösung und die haben das wenigstens erkannt, mir gefällt was nicht und da gibt es einen besseren Weg, das zu machen und sind aktiv geworden. Deswegen liebe ich Selbstständige und Unternehmer, mit denen zusammenzuarbeiten und auch für die Konten erstellen. Aber bitte, bitte auch an dem Punkt, es hilft euch nicht, dass ihr Entschuldigen gefunden habt. So, und jetzt darfst du gerne weitererzählen, dass, aber das ist wirklich, da könnte ich eine ganze Folge drüber, Rage Mode machen. Können wir ja in einer anderen Folge noch machen, aber es ist halt, also, es gehört unweigerlich dazu. Also, vor allem, ich frage mich immer, was ist eigentlich der Sinn? Also, du hängst jetzt in deiner Opferrolle und sagst, mi, mi, mi und mir geht es so schlecht, aber dadurch delegitimierst du dich selbst, eine Lösung zu finden, weil du immer alles auf die äußeren Umstände schiebst, die du ja nicht ändern kannst, aber in dem Moment, in dem du Verantwortung übernimmst, sagst du, okay, es ist im Prinzip meine Schuld und dann bist du aber auch imstande, es zu lösen. So, und das ist doch viel besser. Also, warum fühlt man sich überhaupt in so einer Opferrolle wohl? Und gerade wenn es um Steuern und Finanzen geht, also, es gibt auch viele Selbstständige, die ich kennengelernt habe, die das mit der Eigenverantwortung verstanden haben, die aber in dem Bereich selektiv trotzdem es schaffen, sich in die Opferrolle zu versetzen, was ich dann auch nicht verstehe, weil das Problem ist doch einfach, der Steuerberater, da kann er noch so gut sein, der kann sich nicht um alles kümmern. Also, der Steuerberater ist im Prinzip ein Erfüllungsgehilfe, ein Dienstleister, der dir dabei hilft, deine steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Aber die Betonung liegt auf, er hilft dir dabei, die Pflichten zu erfüllen. Das heißt, es ist auch immer noch deine Pflicht. Du musst dich immer noch selber drum kümmern. Ja eben, wessen Konto wird gefändet, wenn man die Steuerklärung nicht abgeht? Nicht die von dem Steuerberater. Genau, du musst ja auch den Steuerberater in die Lage versetzen, seinen Job zu machen. So, das heißt, wenn der keine Belege hat oder wenn er Belege zu spät bekommt, so, dann kann natürlich der Steuerberater noch sein Bestes irgendwie tun, das irgendwie anders zu lösen. Aber es ist de facto, trotzdem die eigene Verantwortung. Ich kenne auch Selbstständige, die haben einen Steuerberater, die liefern super pünktlich alle ihre Sachen ab und trotzdem passiert zwei Jahre nichts. So, weil man anscheinend irgendwie in der Kanzlei zu viele Mandate hat, überfordert ist. Das heißt, man kriegt Sachen, die fertig da liegen, nicht weg. Aber auch dann ist es wiederum deine Verantwortung, dir einen neuen Steuerberater zu suchen und das nicht einfach zu akzeptieren, dass du das jetzt da abgeliefert hast und der Steuerberater nichts macht. Also, am Ende des Tages, es gibt gute Steuerberater, es gibt nicht so gute Steuerberater. Dein Job als Selbstständiger ist es, einen möglichst guten zu finden, mit dem du gut zurechtkommst, den dann in die Lage zu versetzen, seinen Job auch wirklich aktiv zu machen und dann einfach immer bewusst zu sein, dass alles, was hier passiert und wenn es zu niedrige Vorauszahlungen sind und wenn es ein zu niedriges Steuerrücklagekonto ist und wenn es irgendwie verspätete Belege sind und der Steuerberater deswegen die Voranmeldung nicht fertig kriegt, das obliegt alles immer am Ende des Tages deiner Verantwortung und du bist meistens der, der es lösen kann und wie gesagt, wenn du einen Steuerberater hast, der nichts macht, dann ist es auch dein Job, dir einen neuen Steuerberater zu suchen, aber es ist und bleibt immer deine Verantwortung und das ist was, was ich ganz schwierig finde, was ich auch schon ab und zu mal erlebt habe, dass die Leute meinen, in dem Moment, in dem sie einen Steuerberater haben, der Steuerberater kümmert sich um alles und der ist dafür verantwortlich, das heißt, wenn in meinem Leben irgendwas schief läuft, steuerlich, dann ist das immer mein Steuerberater schuld und das ist eine Einstellung, die dazu sorgt, dass du als Steuerberater mit solchen Leuten überhaupt nicht arbeiten kannst, das ist einfach unmöglich, weil das sind eben die Leute, die dann auch nicht rangehen, wenn du 17 Mal dort anrufst, weil die denken, du bist ja für, also weißt du, das funktioniert. Ja, also deswegen, ich sehe den Part, weil du sprichst ja jetzt über die Steuerberaterseite ein, das stimmt, als Steuerberater willst du das auch nicht, aber auch als Selbstständiger, was habt ihr denn, dann habt ihr das gewonnen, dann habt ihr Entschuldigen, das führt in letzter Konsequenz nicht dazu, dass der Steuerberater eure Steuern bezahlt, sondern die Verpflichtung, den ganzen Kram zu machen, die liegt halt immer beim Selbstständigen, beim, oder Steuerpflichtigen generell und das ist halt so der Punkt und du sprichst das so ein bisschen an, jetzt genau, als Steuerberater will solche Mandanten auch nicht und vor allen Dingen, die so, ich würde mal sagen, diese Ader sehr ausgeprägt haben, die sind auch jetzt nicht unbedingt die besten Kunden, Mandanten, Geschäftspartner, wie auch immer generell nicht, aber es gibt halt auch einige Punkte, die kann ein Steuerberater gar nicht für ein Unternehmen, auch wenn er noch so gut ist, der kann einen vielleicht darauf aufmerksam machen, aber rund um diese ganze, ich würde mal sagen, diese ganze Klaviatur an steuerlichen Dingen, die man so machen muss, wenn man zum Beispiel sich anschaut, Unterlagen archivieren und, also generell aufbewahrungspflicht, dazu gehören halt auch so Vorsysteme, dazu gehören auch unterstrichende Angebote und solche Sachen, dazu gehören und dann halt auch die E-Mail-Inbox, wenn da Rechnungen reinkommen und so weiter und das muss halt ordnungsgemäß GOBD-konform archiviert werden und welcher Steuerberater, das dürft ihr gerne schreiben, welcher Steuerberater von euch hat denn mit den Angeboten und eurer E-Mail-Inbox was zu tun? Gar nicht. Klar, die können darauf aufmerksam machen, aber das gilt auch dazu und ein ganz häufiges Beispiel sehe ich oder habe ich früher immer gesehen, beim Mandantenbetreuen sind vor allem Kleinunternehmer, die halt keine Umsatzsteuer zahlen. Die machen halt einmal im Jahr ihre Buchhaltung, das heißt, die sammeln einmal im Jahr ihre ganzen Belege und gehen dann mit den Belegen einmal im Jahr zum Steuerberater und sagen, hier, mach und dann macht er irgendwie so die ganzen Steuererklärungen fertig und macht das und die Kleinunternehmerregelung darf man immer nur in Anspruch nehmen, wenn man halt im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz lag, das heißt, sobald ich einmal über 22.000 Euro Umsatz liege, muss ich am 1. Januar des nächsten Jahres, bin ich umsatzsteuerpflichtig, muss umsatzsteuer ausweisen und von meinen Kunden einsammeln. Das Ding ist nur, in dem Bearbeitungsrhythmus, wie so ein Kleinunternehmen normalerweise gebucht wird, auch mit Steuerberater, darf jeder Kleinunternehmer von den Zuhörern und Zuschauern gerne erzählen, wann gibt man denn seine Unterlagen an den Steuerberater? Ja, irgendwann, wenn die Steuererklärung halt fällig ist, das heißt, gehen wir davon aus, im Juli 2024 bringe ich meine Unterlagen an den Steuerberater, der jetzt meine Buchhaltung und Steuererklärung halt für das Vorjahr für 2023 macht und dann kommt der Steuerberater, macht die Buchhaltung und stellt fest, ach, du hast einen Umsatz von 23.000 Euro gemacht und dann führt es dazu, dass du seit dem 1. Januar 2024 eigentlich kein Kleinunternehmer mehr bist und die Umsatzsteuer ausweisen musst und du hast einen Steuerberater gemacht, du hast alles in time gemacht, du hast eigentlich alles top gemacht, der Steuerberater kann dich in dieser Konstellation aber gar nicht zum 1. Januar schon darauf aufmerksam machen, dass sich jetzt was geändert hat. Der kann dir einen allgemeinen Hinweis geben, wenn er gut ist, zugegebenermaßen, es sind bei weitem nicht alle gut, das weiß ich, es gibt auch viele, die haben das auch nicht auf dem Schirm, weil die viele andere Mandanten haben und ihren Kopf nicht haben, alle überarbeitet sind, weil sie auch faul sind, und weil sie einfach schlechte Unternehmer sind und nicht mitdenken, das mag alles sein, aber auch da wieder, wer leidet denn und letzten Endes drunter und drunter. Das heißt, ihr als Kleinunternehmer müsst unbedingt, unbedingt euren Umsatz im Blick haben und ihr müsst im Dezember einmal checken, seid ihr noch über oder unter diesen 22.000 Euro und wenn ihr drüber seid, dann müsst ihr ab dem 1. Januar Umsatzsteuer ausweisen und abführen. Was nämlich passiert ist, wenn das ein halbes Jahr später erst auffällt und ein halbes Jahr ist gut, wenn man denn, weil Steuerberater haben eine längere Frist für die Steuererklärung, wenn das erst ein Jahr später passiert, dann steht man da, hat die ganze Zeit Rechnung und Umsatzsteuer geschrieben und muss dann rückwirkend, eigentlich haben wir zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt seinen Umsatz, also Brutto-Umsatz und schneidet sich die 19% aus dem eigenen Umsatz und damit aus der eigenen Marge raus, was meistens bei Kleinunternehmen, die jetzt ja nicht unfassbar viel Umsatz machen, sonst werden sie ja nicht Kleinunternehmer, schon echt richtig, richtig schmerzhaft ist, nachträglich 20% vom Umsatz zu verlieren oder man kommt bei seinen Kunden angekrochen und sagt, sorry, ich war vor neun Monaten zu blöd, mir Rechnung zu stellen, ich hätte eigentlich Umsatzsteuer ausweisen müssen, ich will jetzt nochmal 19% haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man diese 19% bekommt, ist sehr klein und selbst wenn man sie bekommt, ich glaube, es gibt nichts Unseriöseres, als zu sagen, ich war zu doof, die Rechnung zu schreiben und wir müssten bitte die Rechnung von vor zehn Monaten nochmal korrigieren. und das ist jetzt, das ist nur ein Beispiel, aber das sind halt Dinge, die kann ein Steuerberater gar nicht für einen übernehmen. Das heißt, es gibt schon auch einige Dinge, die man einfach selber im Blick haben muss, weil man sonst, wie du sagst, halt da steht, mal abgesehen davon, dass der Steuerberater dann natürlich auch keinen Bock drauf hat, wenn ich, also, wer hat gerne einen Kunden, wo der Kunde einem selbst dann ständig die Schuld daran gibt, dass es blöd ist. Wenn ich eine Webseite baue und ich baue eine Webseite und ich gebe mir Mühe und die sieht top aus, die Texte sind schön, Bilder sind schön und so weiter, gebe die meinem Kunden und ich weiß, der Kunde hat eigentlich ein scheiß Produkt, das verkauft sich eh nicht, aber die Webseite ist toll und ein halbes Jahr später beschwert sich der Kunde, dass er so wenig verkauft und das liegt ja nur an der Webseite. Für den hätte ich auch nie wieder Lust, eine Webseite zu bauen, weil ich denke es halt so, nee, du hast den Rest deines Ladens einfach nicht im Griff, das ist der Grund und genau so ist es halt auch bei Steuern. Ich weiß immer nicht, warum Steuer, das ganze Thema Steuern immer so, wie du sagst, so sehr selektiv denn anders in der Wahrnehmung ist, aber es ist tatsächlich häufig der Fall und die Personen, die darunter leiden, seid halt unter dem Strich ihr als Selbstständiger. Aber deswegen finde ich halt auch so Formate wie dein YouTube-Kanal auch so klasse und auch so wichtig, weil das Problem ist, du lernst es ja in der Schule nicht, das heißt, bei vielen kommt dieser Impuls, die Verantwortung, gerne jemand anderem in die Schuhe zu schieben, auch einfach aus Unwissenheit, dass man es einfach selber nicht weiß, dass man mit dem Thema Steuern auch überfordert ist und deswegen ist es aber so wichtig, sich damit zu befassen. Deswegen ist es schön, dass es eben Quellen gibt wie der YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige, wo man auf über 600 Videos sich selber mit dem Thema beschäftigen kann. So, weil aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ein gewisses Basiswissen braucht jeder Selbstständige, jeder Selbstständige muss einen Überblick haben, was seine steuerlichen Pflichten sind, muss seine Liquidität, seine Kohle irgendwie richtig managen können und um das zu lernen, gibt es eben solche Medien, solche Plattformen, man muss es dann in Anspruch nehmen. So, und in dem Moment, in dem ich mich damit beschäftige, in dem ich so ein bisschen Basiswissen habe, habe ich selber viel mehr Ahnung, ich habe ein Verständnis dafür, was ich tun kann, was mein Job ist und was vielleicht auch der Job des Steuerberaters ist. Ich kann vielleicht mit einem besseren Augenmaß auch einen Steuerberater auswählen, der zu mir passt. So, und dann habe ich auch in der Zusammenarbeit im Nachgang überhaupt keine Probleme in der Regel. Nur, es fängt halt mit mir als Unternehmer an. Ich muss mich eben auf das Niveau bringen, aus meiner persönlichen Meinung, dass ich mit dem Steuerberater einigermaßen auf Augenhöhe reden kann. Natürlich ist das der Experte, aber ich merke das ja bei mir zum Beispiel, ich meine, steuerlich mache ich natürlich meine Sachen alle selber, aber ich merke das ja zum Beispiel bei mir, wenn ich irgendwas habe, wo ich einen Anwalt brauche. Hatte ich zum Beispiel zuletzt ein Thema mit meiner, mit meiner eigenen Krankenkasse, die haben sich nicht mehr gemeldet. So, da bin ich zum Anwalt gegangen und habe gesagt, lass uns das mal bitte mit den Regeln. So, da gehe ich ja auch als Unternehmer hin und sage, lieber Anwalt, was brauchst du von mir alles, damit du deinen Job machen kannst? Was muss ich dir liefern? So, dann kriege ich von dem eine Liste und am nächsten Tag hat er diese Sachen bei sich im E-Mail-Postfach. So, dann habe ich auch noch nie mit, egal welchem Dienst, oder auch wenn er es dann nicht hätte, dann kannst du aber nicht dich anschließend beschweren und sagen, der Anwalt hat ja schlecht gearbeitet. Nee, das würde ich aber auch niemals tun. Aber wie gesagt, ich frage den, was brauchst du, damit du den Job richtig machen kannst? Und das mache ich auch mit jedem Mitarbeiter, das mache ich auch mit jedem Freelancer. Ich versuche immer, die in die Lage zu versetzen, ihren Job machen zu können. Und wenn die sagen, jetzt habe ich alles, jetzt kann ich mich darum kümmern, gut, dann ist der Moment, wo ich auch sage, okay, dann gebe ich jetzt die Verantwortung ab, weil ich habe offensichtlich ihn in die Lage versetzt. Und dann ist es eben sein Auftrag und den hat er zu erfüllen, dafür gibt es Verträge und so weiter. Aber bis dahin ist das alles mein Job und auch nur mein Job. So, wenn der sagt, ich bin noch nicht bereit, mir fehlt noch der, Beleg, mir fehlt noch die und die Unterlage, dann ist es halt mein Job, den zu besorgen. Und dann kann ich auch nicht sagen, warum hast du noch nicht angefangen? Warum ist das Problem eigentlich immer noch da? Kann ich nicht machen, sondern ich muss erst mal meine Hausaufgaben machen. Und am besten ist es eben, wenn man proaktiv anspricht, lieber Steuerberater, lieber Anwalt, generell jeder Dienstleister, was muss ich tun, damit du zufrieden mit der Zusammenarbeit bist und damit du deinen Job so erledigen kannst, wie wir es vertraglich vereinbart haben und mich dann auch entsprechend darum zu kümmern. Und also es ist ja faktisch so und das weiß ich natürlich auch, Steuerberater ist jetzt nicht die Branche, die sich mit besonderer Kundenorientierung hervortut, um es mal sehr freundlich zu sagen. Es gibt viele Steuerberater, die, keine Ahnung, die sehen sich irgendwie als erweiterter Arm des Finanzamtes oder die sehen sich meistens auch gar nicht. Die sind einfach überfordert. Die haben nie gelernt, irgendwie unternehmerisch zu agieren und so weiter. Ich weiß, es gibt unfassbar viele, gar nicht schlechte Steuerberater im Sinne von pachlich schlechter Steuerberater, sondern schlechte Steuerberater im Sinne von, sie denken nicht mit, sie denken nicht im Rahmen der Mandanten oder denken, oder du scheinst denen einfach vollkommen egal zu sein und nur Dienst nach Vorschrift. Dienst nach Vorschrift ist glaube ich per se für viele Leute, die Steuerberater haben, so die Definition, wie die ihren Steuerberater beschreiben können. Ihr dürft jederzeit auch das Mandatsverhältnis beenden. Vor allem, wenn Dinge nicht gemacht werden. Wenn ihr die Unterlagen hinliefert und nichts gemacht wird, dann könnt ihr einfach hingehen und das ist euer Recht, das solltet ihr auch dringend machen. So eben wie Ken auch sagt, das ist dann eure Verantwortung, dieses Vertragsverhältnis zu beenden und euch einfach einen anderen zu suchen oder selber zu machen oder was auch immer. Aber genau, das ist eure Verantwortung, es ist eurer Dienstleister, es sind nicht eure Eltern, die sich um eure Probleme kümmern, sondern es ist euer Dienstleister. Wenn der Dienstleister nicht arbeitet, muss man sie rausschmeißen. Das gleiche gilt halt für Steuerberater. Und das ist auch ein einbringlicher Appell. Gut, aktuell sieht der Markt so aus, schaut erst, dass ihr auch einen folgenden Steuerberater habt, wenn ihr einen haben möchtet und es nicht selber machen wollt, weil es ist echt nicht so einfach, aktuellen Steuerberater zu finden, der neue Mandate aufnimmt. Ich habe da letztens, keine Ahnung, auf LinkedIn so eine Statistik gesehen, das ist schon krass, dass 60 Prozent der Leute sagen, eigentlich müssen wir Mandaten rausschmeißen, weil sie sind überlaufen. In welcher Branche ist das so? Dass zwei Drittel einer Branche sagt, eigentlich müssten wir aktiv Kunden rausschmeißen, damit wir wieder einigermaßen sinnvolle, gesunde Belastung haben. Und das ist einfach gerade der Markt. Und deswegen können sich dummerweise auch viele Steuerberater das erlauben, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Um mal die Stimme der Mandanten und der Leute einzunehmen, die abkosten, weil der Steuerberater gerade so ungefähr gar nichts tut. Ich sehe das ja genauso. Also das Problem am Steuerberaterberuf ist ja, du machst die Steuerberaterprüfung und das ist halt eine reine Fachprüfung, ob du steuerliche Kenntnisse hast. Und dann darfst du dich vom Berufsbild selbstständig machen, beziehungsweise eigentlich ist der Beruf des Steuerberaters. Es gibt ja dieses dubiose Steuerberatungsgesetz. Der Steuerberater ist ein reglementierter Beruf, so wie Anwälte, Ärzte, Ingenieure auch. Und das Steuerberatungsgesetz sieht eigentlich per Definition vor, dass der Steuerberater erst mal ein Selbstständiger ist. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass du dich bei einem anderen Steuerberater oder bei einem Unternehmen anstellen lässt. Aber der Standardfall ist eigentlich, der Steuerberater ist selbstständig. Und das Berufsbild ist eigentlich davon geprägt, dass es den einen Steuerberater gibt, der so ein bisschen Maya-König-mäßig in seiner Kanzlei sitzt und alles micromanagt, weil er trägt ja die Verantwortung für alles. Das heißt, die Führungskultur, die das Steuerberatungsgesetz vorsieht, entspricht auch nicht mehr einer modernen Führungskultur, weil eben der Steuerberater als der Häuptling, alles muss durch seine Hände gehen. Er muss alles irgendwie unterzeichnen, Verantwortung tragen. Und er hat wiederum ein paar Erfüllungsgehilfen. Das sind dann die Angestellten, die Steuerfachangestellten, Steuerfachwirte, die ihm dann zuarbeiten. Das ist eigentlich das Berufsbild des Steuerberaters. Also im Prinzip... Passt du nicht mehr ganz in die moderne digitale Welt, wo alle über Automatisierung und Komponentenmodell und solche Sachen sprechen, passt das nicht mehr ganz rein. Im Prinzip ist der Steuerberater jemand, der seine Leistung persönlich erbringt von der Definition und der auch von der Definition selbstständig ist. Jetzt ist es aber so, dass du vor der Steuerberaterprüfung mehrere Jahre Berufspraxis als Angestellter in einer Kanzlei brauchst, damit du zur Steuerberaterprüfung zugelassen wirst. Das heißt, die Steuerberater, viele sind angestellt, machen dann die Prüfung und sind dann aber direkt nach der Prüfung selbstständig und haben sich bis dato aber noch nie mit Unternehmertum, mit Service Management, mit Angebotserstellung, also mit irgendwelchen unternehmerischen Themen beschäftigt. Das heißt, im Prinzip sind das auch auf selbstständiger Ebene Einsteiger. So, die wissen natürlich steuerlich super viel. Manche sind auch betriebswirtschaftlich noch ganz gut gebildet, weil sie eben über den Weg der Betriebswirtschaft gekommen sind. Aber jeder, der jetzt zuhört und ein BWL-Studium gemacht hat, der weiß, ein BWL-Studium hat auch noch nichts mit der Realität der Selbstständigkeit zu tun. Da lernt man vielleicht ein paar Komponenten, die sind mal ganz nett, aber es dann wirklich zu tun und vor allem auch im Kopf mitzuwachsen, dass man überhaupt das richtige, das ist jetzt auch wieder so ein blödes Wort, Mindset hat, das ist so ein bisschen ausgelutscht, finde ich immer, sondern das richtige Mindset hat, um eben auch so eine Selbstständigkeit und so ein Unternehmertum anzugehen. Das ist nochmal was völlig anderes. Und dann kommt beim Steuerberater noch dazu, dass der nur das Schild an die Tür hängen muss und sofort Mandanten hat, weil eben der Markt massiv bescheiden ist. Genau, weil der so ist, wie er ist. Genau. Das heißt, du musst noch nicht mal wirklich was können. Du musst dich zum Beginn der Selbstständigkeit noch nicht mal mit Marketing und mit Mandantenakquise beschäftigen, weil die kommen sowieso von allein. Das muss man in der Regel auch gar nie. Also das ist ja, was ich immer nicht verstehe oder ich verstehe es schon, aber was ich extrem krass finde, ist der Vergleich zwischen Steuerberater und Rechtsanwälte. Und Rechtsanwälte sind viel besser, sich darin zu verkaufen. Die haben viel, teilweise Extrovertierte, die haben einfach, ja, die treten meistens ein wenig besser auf und haben auch Marketing mehr drauf. Und wenn ich mir zum Beispiel auch, nur auf Social Media, ich meine, wir sind hier irgendwo ein bisschen auf Social Media, wenn ich mir auf Social Media, auf YouTube beispielsweise den größten Steuerkanal angucke, dann sind wir irgendwie bei 120.000 Abonnenten oder so, was extrem viel ist. Gucken wir Rechtsanwälte an, über eine Million. Gucken wir auf TikTok beispielsweise, Rechtsanwalt mit der größten Reichweite, keine Ahnung, 5 Millionen oder so und größten Steuerkanal ist auch beeindruckend, nämlich 700.000 oder so, aber Rechtsanwälte sind ein vielfaches größer. Der Punkt ist, warum das so ist, ist, dass Steuerberater ja fast immer Abos verkaufen. Subscription-Model, jeder weiß von euch, dass das Kunden, die als Abo immer wieder kommen, perfekte Kunden sind, weil man muss die im Zweifel nur ein einziges Mal akquirieren und hat danach jahrelang gute Arbeit. Und das ist das, was Steuerberater haben. Wenn ich aber jetzt, keine Ahnung, einen Ehevertrag brauche bei einem Anwalt, ich heirate halt nur einmal, dann habe ich einmal einen Ehevertrag. Vielleicht lasse ich mich später wieder scheiden, dann brauche ich nochmal einen Anwalt. Aber da gibt es nicht mehr so viel Follow-up-Geschäft. Wenn ich eine GmbH gründe und da einen Gesellschaftsrechtler beauftrage, dann gründe ich auch einmal eine GmbH. Ich gründe jetzt nicht monatlich eine GmbH, damit der wiederkehrendes Geschäft hat. Und deswegen führt es dazu, dass Rechtsanwälte immer wieder neue Kunden akquirieren müssen und deswegen sind sie auch viel besser im Marketing. Steuerberater haben es überhaupt nicht nötig. Wenn die jetzt einmal, keine Ahnung, ihre 100 Mandanten haben und die bleiben, dann kann dieser Steuerberater sein Schild an der Tür auch wieder abschrauben und kann trotzdem gut davon leben. Und das ist echt krass und wir haben in Deutschland echt ein unglaubliches Versorgungsproblem, was das betrifft. Einen kleinen Blick auf die Uhr. Das wäre wahrscheinlich ein Thema für irgendeine weitere Folge mal, weil das ist generell, wie finde ich den Steuerberater, und das ist echt ein Thema, was ich glaube auch wirklich in Deutschland ein Level erreicht hat, wo das der Wirtschaft schadet, dass wir da echt einen Versorgungsengpass bei Steuern und Buchhaltungsdienstleistungen haben. Absolut. Also um noch kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, die meisten Steuerberater, es ist halt relativ leicht, eine Steuerberatungskanzlei zu gründen. Und deswegen sind die meisten Steuerberater auch keine wirklich richtigen Unternehmer. und manche entwickeln sich in die Richtung, also ich lerne auf Veranstaltungen auch immer wieder Leute kennen, ich kann auch einige Kanzleien auch wirklich empfehlen, wo ich sage, ey, top gemanagt, geile Prozesse, super Team, also es gibt durchaus auch Steuerberater, die es verstanden haben, die das ganze Thema viel unternehmerisch in denken, die haben meistens eine riesige Warteliste, die haben super gut gemanagte Kanzleien, da gibt es diese ganzen Probleme nicht, die andere Steuerkanzleien haben. Das sind aber einfach nicht alle. Also ich sehe eine gewisse Entwicklung, einen gewissen Trend, weil es mittlerweile auch viele Coaching-Anbieter gibt, die Steuerberatern dabei helfen, zu Unternehmern zu werden. Also man sieht, die Branche ist sich am entwickeln, das ist kein Stillstand, aber es ist einfach so, viele sind überlastet, viele sind unternehmerisch nicht ganz so affin, sondern verstehen sich immer noch nach diesem älteren... Durchschnittsalter können wir dann separatisch, ich finde das Thema für eine Folge geil, aber die sind durchschnittlich einfach unfassbar alt. Also die Leute sehen und hören uns jetzt. Wir unterbieten alle Altersdurchschnitte in dem Fall. Ja, absolut. Aber das ist, glaube ich, der Punkt. Und deswegen, wenn man mit dem Steuerberater nicht zufrieden ist, obliegt es aber auch wieder der eigenen Verantwortung, sich möglichst nach einem anderen umzugucken. Ja, also Verantwortung übernehmen ist der Schritt aus der Opferrolle und auch der einzige Schritt, wie man letztlich seine steuerlichen Themen wirklich managen kann. Und dazu gehört eben auch, die richtige Auswahl zu treffen, was den richtigen Dienstleister betrifft und den dann zu befähigen, seinen Job dann auch zu machen. Das waren so meine Punkte. Ich weiß nicht, Melchior, hast du noch einen Fehler noch zum Abschluss? Also es gibt noch ein ganzes Themenfeld, was ich super gerne aufmachen würde. Aber wir sind ja gerade, das ist ja die erste richtige inhaltliche Folge. Also ich würde super gerne über das ganze Thema Gesellschaftsstrukturen, GmbH, Holding und so, mit wie vielen Gründern ich rede, die als erstes kommen und mir erzählen, dass sie eine Holding haben wollen und noch nicht so richtig eine Idee haben, wie sie in dieser Holding Geld verdienen, aber denken, wenn sie eine Holding haben, dann sind sie sehr vermögend. Also über das Thema, aber das ist wahrscheinlich, da können wir wahrscheinlich, wenn wir das mal systematisch angehen, wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Folge drüber sprechen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir dieses ganze Thema einmal in eine separate Folge, GmbH, Holding, was und wie und geht man da am besten vor und Vor- und Nachteile und all so ein Zeug. Das können wir richtig ausführlich schön mal auseinandernehmen. Es gibt ja auch diverse Rechtsformen, die dann von anderen Dienstleistern, Steuercoaches, ständig empfohlen werden. Und das ganze Thema Versorgung, Steuerberatungsleistung, wie finde ich eigentlich den richtigen, wie soll ich da vorgehen, worauf muss ich achten und solche Sachen, meiner Meinung nach auch eine spannende Folge. Haben wir schon in der ersten Folge gleich zwei Follow-Up-Folgen produziert, finde ich, also Ideen zumindest, finde ich toll. Aber natürlich auch für dich und euch, liebe Hörer, Zuschauer, schreibt uns gerne, super gerne in die Kommentare auf YouTube oder gerne auch per E-Mail. Irgendwo werden wir eine Kontakt-E-Mail einfügen, was ihr euch wünscht, was wir anders machen sollen, Themen, Ideen, super gerne, weil, wie gesagt, wir tasten uns da gerade erst rein und ich bin da sehr an Feedback interessiert und würde ich sagen, belassen wir es dabei und ich freue mich auf euer Feedback und die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen. Alles klar, bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.